Hector, Polly, Mo Servus! Seers! Willkommen zurück zu Open Game, nein ich bin der Mo Ich bin nicht der Mo Ich bin auch nicht der Mo Und wir spielen Resident Evil 7 Rans Grand Freeble Schießt mir jetzt an Interessantes Wiesel 7 Interessantes Wiesel 7 Interessantes Wiesel 7 Interessantes Wiesel 7 Er kriegt die Zoe Er bekommt die Zoe Darf ich mich jetzt entscheiden? Ganz klar Es gibt gar keine Diskussion Ich bin sorry Ich habe wirklich Ich habe wirklich Vergiss es Und dann kann ich zurück Geh! Ich will nicht hören Es beide von dir einfach gehen Geh! Alles klar, geh mal Du wolltest doch eh nicht Du bist böse Du hast uns den Arm abgesägt Schau uns mal an, der ist hin Tackert Mit ihr Du vergisst Geh! Du vergisst Geh! Da kann ich dir ins Gesicht schießen Warum ist sie nochmal dahin? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Das ist eine gute Frage Ja Machs gut Jetzt können wir endlich fahren Verdammt nochmal Sehe es Muss jetzt endlich mal erschießen Ich schicke Hilfe Wo ist der Sohn eigentlich gewesen? Weiß ich nicht, wo ist der eigentlich hin, ja? TLC Echt? So das war's mit Resident Evil 7 Dankeschön fürs Zuschauen Was? Bitte nicht Ich glaub, er ist im DLC mit drin Na okay Schau wir mal Abwarten Vielleicht muss ich DLCs kaufen Ja was? Danke Ich kann nicht glauben, dass du mich wählst Ach, das war gar nicht so schwer, die Entscheidung Echt? Ich hab nicht einmal zu mir rüber geschaut Ich hab nicht hier in einem Stück Das ist der Wille recht Ich will wissen, was all das geht Start mit mir Ja, das wird auch immer gesagt Oh ja, interessant Evelyn Das ist, wie es startete Evelyn Ich wusste, ich wusste, dass ich etwas verstehe Weiß Weiß All die Jahre einfach mit mir Tochter versteckt Was? Bitte? What? Bootswein Mhm Das war grad schon hübscher kleiner Jauchzer Mami Zwei Zwei Zum Glück haben wir die Zwei kalt Okay, ich möchte nicht Ich möcht wirklich nicht Mm-mm Ich möcht nicht Hab ich schon mal gesagt, dass ich nicht möchte Ihr habt grad so riesen Vieh umbracht Das reicht jetzt langsam mal Ja Können die sich nicht mal entscheiden Mami! Hat der gerade zu uns Mami gesagt? Sind wir die Mia? Wir sind die Mia. Warum? Man weiss es nicht, man weiss es nicht. Seltsame Flasche, die sind in der Tasche fanden. Baker anwesend. Schmeißen wir es weg? Schmeißen wir es weg? E001. Spielt es jetzt davor, danach oder währenddessen? Ich glaube davor, ich weiss es nicht. Das ist ja das Boot, ne? Das ist das Boot. Weil sie wie sie gerade angekommen ist eigentlich. Wahrscheinlich. Wo ist die Crew? Ich hab keine Ahnung. Da haben die allein den Coder hierher gefahren. Das ist alles allein und das ist ihr Boot. Ah. Ist der Ethan? Ne. Doch. E001. E001. Machs gut. Schickes Hemd. Echt, echt nicht schickes Hemd. Aber die blonden Haare habe ich nicht erwartet. Ich dachte eher so braun, dunkelbraun. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Vielleicht hat er ja deutsche Wurzeln. Vielleicht hat er ja deutsche Wurzeln. Vielleicht hat er eine deutsche Wurzeln. Hm? Ich versuche gerade einfach nur keinen Spruch rauszuholen, den ihr irgendwie rauspiepsen müsst. Das fällt mir gerade extra schwierig. Ich sage einfach gar nichts. Na gut. Das ist der Maschinenraum. Das ist der Maschinenraum. Das mit der Maschine. Der Maschinenraum. Der Maschinenraum. Der Maschinenraum. Hallo. Hallo. Spürt habe ich auf jeden Fall was. Der Sislemotor spricht wieder an. Ich glaube auch. Ah, da brauchen wir glaube ich nicht rein. Ja, was ist denn hier? Was? So eine Rückblende? Eine Rückblende. Ich sehe. Was war das? Eine Rückblende. Eine Rückblende. Wer war das? Ich zum Teil wieder einmal. So. Grüß Gott. Hallo. Ich kann mal wieder sauber gemacht werden. Ich bin echt gespannt, wie das Spiel eigentlich weitergeht. Von der Story her. Wow. Da ist ein Baum. Da ist ein Baum. Wie lauten die Leute. Für die Tevi. Aber riechen tut es gut. So. Hallo. 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 Witt sind vergnügt zum Frau. Nein. Na gut. Kann man nicht drehen? Na, wenn wir es nicht drehen können, hätten wir es wieder irgendwo finden müssen bestimmt. Ja klar. Hm. Da ist nix. Wow. F*** die. Sie sind tot. Die sind alle tot. Der Maschinenraum ist tot. Nein. Irgendjemand hat was umgebracht. Ja. Wo lang? Da runter. Okay. Also da nicht raus. Ist auch kaputt. Dann lass uns mal rausfinden, gell. Was da unten ist. Nee. Da gehts nicht lang. Da gehts nicht lang. Da gehts lang. Das wäre so eine Szene wo ich mir einstuhl. Das kann schon sein. Stuhl. Ja. Sackass. Aber vielleicht kann man da ja. Ja. Ha. Oh snap. Die hat da auch nix bestimmt nicht gefunden. Poison Girls. So. Weiter runter. Hup. Voll Teufel. Jetzt machst du brrrr. Ich hoffe nicht. Kannst du eine Karte aufmachen? Ja. Hm. Da ist zu. So. Wo gehts lang? Okay. Da und lang. Dann haben wir da links geradeaus ne Tür. Was ist denn das? Cruelistic. Captain. Ed Carlyle. Chefingenieur. Ed. Gerald. Giovanni Finetti. Zweiter Versicher. Clark Z. Walsh. Dwayne Charleston. Dwayne Charleston ja. Jim Stockmann. Hallo. Weißt du das? Er muss sich vor etwas versteckt haben. Nein. Stand was an der Wand. She's not my child. Okay. She's not your baby. She's not your baby 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 baby. Geiles Song. She's not your baby. Her. Huah. Huah. Da kommt doch, ne. Ist da eine Toilette. Hast du noch jemand oder? Da ist der nächste drin? Ne. Es wärs aber schon ein bisschen cool gewesen. Es wär cool gewesen wenn da einer beim scheißen gestorben wär. Einfach so hocks auf der... Ahja. Fast. Beim Spalm vielleicht, ja. Sie ist in mir, sie ist in jedem. Ist die Evelyn vielleicht vergiftet und Mia wollte das irgendwie aufklären eventuell? Man weiß es nicht genau. Das könnte natürlich sein, ja. So kombiniermäßig. Kombiniere, kombiniere. So, dann müssen wir ja draußen. Luft. Reine Luft. Die Luft ist ja so rein. Annabelle. Oder kommt da jetzt der zweite Teil von Annabelle raus dieses Jahr? Wo ist denn die Annabelle? Settle down, little girl. Ah. Ja, das ist das Mädel. Das ist die Evelyn. Evelyn. Sind sie Evelyn? Ein bisschen. Ich geh mal ein bisschen. Ich hasse Mädchen. So kleine Mädchen in solchen Spielen und Filmen. Aber die schaut ein bisschen aus wie eine junge Mia. Da ist es die Tochter. Meinst du wirklich? Und die ist crazy. Von Satan geküsste Tochter, weißt du? In den Nacken geküsst. Ja. Und Augenbrauen rasiert. Ich habe mich übrigens gestern nochmal rückversichert. Man sagt das nicht. Also die osmanischen Mitbürger. Ich habe es schön ausgedrückt, ne? Super schön. Die Türken halt. Sagen meistens, also laut Erfahrung her, küsse deine Augen. So als Augenspiegel der Seele und so ein Schmarrn. Also küsse deinen Nacken, sage sie nett. Aber wer ist auf die scheiß Idee gekommen? Schade. Er küsst deine Augenbrauen, küsst deine Hand und dann küsst deinen Nacken. Ja, macht Sinn. Klar. Ihr küsst alles an dich. Ihr küsst alles. Okay, da ist nichts im Wasser. Ich küsst auch deine Achselhöhle. Eine antike Münze. Die hat der Alex sicher nicht gefunden. Ja, ich fand den dumm Kopf. Hallo Alex. Ich hab bestimmt angeschissen. Ihr dann? Sind wir halt eine Familie? Ihr dann? Oh, diese bockigen Kleinen. Erstmal was da gucken, was da ist so. Ihr wollt's plagen sagen, aber darf ich plage sagen? Warum nicht? Plage. Oh, nix. Das ist nix. Das ist nix. Ein Kraut. Ein Kraut. Ich hab nix, um die kaputt zu machen. Na gut, dann gucken wir mal ein bisschen mal. Ich bin echt spannend, wie das eigentlich den Auflösen mit Avril Mia und diesen... Also, jetzt ist echt an sich cool. Nein. Aber die Waffe ist aber was an der Wand, ne? Das mag sein. Aber da war auch was am Boden, das gekrochen hat und ich hab keine Waffen. Ich lasse es lieber. Du kannst ja jetzt ein Medikament machen. Mhm. Stimmt. Andere Richtung unten. Das gefällt mir hier nicht. So, hier war ja wahrscheinlich irgendeine Karte. Ja. Okay. Was kommt jetzt da? Da an der Wand war doch grad was. Was war da an der Wand? Nix war an der Wand. Nicht doch, andere Seite. Ums Eck rum. Gleich. Ich bin auch neben dir jetzt. Das ist okay. Mach's gut. Oh je. Lauf auf eine Ehrenrunde. Guck mal, dass das schämen ist. Ja, das ist da. Das ist hinter mir. Der Gefeind, oder? Ja. Was? Hey, will ich nicht. Du Mistvieh, echt. Gut. Ah. Ah. Ih, das schaut... Es schaut... Aus, als würde es... Uuuh. Vorbei sein? Nee, als würde es mich richtig schön... Limmeln wollen. L1. Ich drück alles. Es geht nichts. Jetzt. So, darf ich vor... Nicht vorbei. Schade. Lass mich einfach durch. Ich weiß, wenn sie mich wenigstens durchlassen würden. So. Jetzt, äh... Aber wo müssen wir hin? Ich weiß nicht. Das ist ein Savepoint. Süß. Gott sei Dank, zwei Schuss. Oh, Mann. Speicher. Mal gucken, ob ich denn sonst noch was ist. Oh, Mann. Ich würde nicht speichern. Wieso nicht? Was ist, wenn wir irgendwo Munition finden und das bräuchten wir oder so? Dann hast du hier... Einen neuen Speicherstand. Ach, jetzt auf einmal? Hier? Außerdem war der alte U-Lang hier. Der hat doch eh diese Auto-Safe-Points, oder? Ja. Eben. So, okay. Da rechts brauchen wir die Sicherung. Rechts oben? Ja. Okay, das ist jetzt raus und eine Ehrenrunde. Erstmal links, ja. Okay, auf. Jetzt hier rechts an der Wand. Warte mal kurz, stopp. Nee, das war bloß eine Spiegelung. Ich meine, dass vorne ein X auftaucht auf der rechten Seite. Ich habe es auch gedacht, aber ich glaube, das ist bloß eine Spiegelung gewesen. Links, 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 links. Nee. Ja, das war... Ah, das war an dem Rohr dran. Das, äh... Sicher. Aha. Das will ich mit zwei Schuss bitte machen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was hier so passiert, hm? War ja klar. Ob sie das auch kriegt, klar? Ja. Leider. Karte? Ja. Hallo? Huh? Grüß Gott. Du musst dich zu erinnern. Du musst dich zu erinnern. Du musst dich so alt, die kann doch kein Mensch mehr anschauen. Da muss man ein bisschen ein Schmuddelvideo an. Schmuddelvideos. Und das ist E001. Das ist Test Subjekt. 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 richtig verstanden. Kennt ihr das auch nicht? Ne. Sehen wir später. Alan. Ach, sie war anscheinend so der Infektionsträger und hat alle angesteckt. Und dadurch sind alle verrückt geworden. Der hat auch so einen tollen Ding am Arm. Den geht es nicht gut. Apple Watch. Ja, das ist halt es der Fall. Gut, dass wir sie da haben da lassen. Warum nicht? Dich hat sie nicht angegriffen. Das ist Teil ihres Berendsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Okay. Okay, Evie. Wo sind Sie? Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan, Johnny und Fürsögerin Fürsögerin. Mia Winters aktuelle Berichte legen ein ÖS-Risiko nahe, dass Eveline sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unserem Gegner gestohlen wird. Ihr Befehle lauten deshalb, Eveline zur sicheren Verwahrung bis auf weiteres in unsere mittelamerikanische Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten sie sich stets wie die Älter von Eveline um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren sie Evelines Zystent mit dem bereitgestellten Genome Codex. Sollte die Mission irreversibel erscheitern, ist Maschinengewehr Munition. Bist du deppert? Ich hab ein Maschinengewehr. Was? Geil. Das heißt, müssen jetzt eine ganze Weile lang mal wir. Scheinbar ja. Was wäre wohl gewesen, wenn wir als Sau gewesen wären? Eveline! Achso, was haben wir sehen? Ah. Eveline! Ist er auf der Uhr? Wahrscheinlich über mir. Hallo! Hallo! Gibt's da was? Ist da was? Gibt's da was? Ist da was? Hallo! Kriege da was? Bei Ihnen oder nicht? Pillen! Konsistiert! Tillsang is many! So, gibt's hier noch was Schönes? Crowd! Crowd! Sauerkraut! Sauerkraut! Wischen du? Es ist sicher ein Schlüssel, oder? Geh mal auf Karte! Karte, es steht daran ein Molotow-Cocktail muss man draufwerfen. Ich darf hier eher eine Flasche Bier reinstecken. Naja, aber was wir dafür brauchen und wo die Eveline sich auf diesem wundervollen Schiff befindet, das sehen wir in der nächsten Folge von Open Game Night. Ich war der Moe. Ich war der Hector. Ich war der Power. Und mach's gut! Servus! auf dem und mich war der Hector auf dem Und ich war der Hector